Hey meine Lieben und willkommen zu einer neuen Ausgabe von InstaTalk. Ist das Geheimnis um Filiz Haare gelöst? Nachdem viele vermuteten, dass Filiz Extensions tragen würde, aber es nicht zugeben wollen würde, hatte sie dieses Video auf Instagram gepostet. Dort zeigte sie aber nur ihre vorderen Ansätze. Bei der Rafet L. Roman Show wurde sie dann nochmal gefragt, ob ihre Haare echt seien. Gestern postete Filiz dann endlich das langersehnte Video zu ihren Haaren. Dort zeigte sie ihre hinteren Haarensätze und siehe da, keine Extensions. In ihrer Caption steht folgendes. Ich hoffe, dass all diejenigen, die den dummen Leuten geglaubt haben, dass meine Haare fake seien, nun gut schlafen können. Dies sind meine echten Haare und ich habe nie Extensions verwendet. Ich habe nur die Produkte von Le Melange verwendet, um dickeres, kraftvolleres Haar zu bekommen. Okay. Was sagt ihr dazu, meine Lieben? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es auch schon von mir. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei InstaTalk.